Was geht YouTube? Mein Name ist Roni und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video, zu einem ganz besonderen Video. Ich kam mal wieder auf eine richtig geile Idee und diese Idee, ja, ich gucke mir PS4 Nachrichten an von über vier Jahren meines, also YouTube Karriere, die ich ja mache. Es wird richtig lustig, es werden viele Beleidigungen vorkommen. Ich werde die PSN Namen auf jeden Fall alle einblenden. So, meine Lieben, ich werde auch die PS4 Nachrichten einblenden, das ist mein gutes Recht, weil das ist ja in der Öffentlichkeit, das müssen die Leute auch wissen. Ja, ich bin gespannt, es werden viele Beleidigungen kommen. Es wird oft kommen, wie darf ich in deiner Crew, darf ich mitspielen, darf ich in deiner Party, sowas wird sehr oft vorkommen. Und, ja, ich kann dieses Format nicht heute, es sind sehr, sehr, sehr viele Nachrichten. Ich werde so ungefähr 10, 15 Nachrichten heute abchecken. Wenn ihr einen Teil 2 wollt, dann haut ganz ehrlich jetzt schon ein Like raus und kommentiert es auch. Stoppt das Video und sagt, schreibt sowas wie Hashtag Teil 2. Genau, macht mal Hashtag Teil 2. Stoppt das Video jetzt, ich warte jetzt mal. Okay, also, wir gucken uns jetzt die PS4 Nachrichten an, ich bin richtig gespannt. Wir fangen an mit den aktuellsten natürlich. Die erste Nachricht ist von extyreps. Ja, der hat mir geschrieben, Lust zu zocken? Kann ich mitzocken? Okay, das ist noch okay. Samuel, Samuel ist okay, Samuel haben wir unsere Nachrichten. Der Schisula ist auch okay. Regen, 755 kurzer. Wann streamst du das nächste Mal GTA? Am 3.7. Ach ja, krass, also diesen Monat. Wenn du auf Instagram vorbeischauen würdest, würdest du es wissen, dass ich aktuell auf Fortnite-Hype bin, ne? Aber merkt man ja wieder, wie treu man ist, nur auf YouTube, ne? Also, ähm, ja, man kann auch jemanden woanders... So, nächste Nachricht ist von l2s-spamming-btw. Moin, hallo, was geht? Ja, jetzt antworte ich mal zurück. Moin, du bist heute online. Okay. LG Roni. Guck mal, bleiben wir sogar noch sehr, sehr nett, ne? Ähm, ja, von Neymar. Natürlich der ganz, ganz, ganz echte Neymar. Hier haben wir einfach irgendeine Scheiße. Extra slim. Ach, das war dieser kleine Knecht. Du musst mich einladen. Ich bin ja verpflichtet, die Leute einzuladen, ne? Roni. Hier haben wir wieder eine Gruppe. Äh, ja. Warum auf Mutter? Ich habe nichts getan. Naja, ich werde mich auch ohne Grund auf Mutter beleiden. Also, hast du schon was getan? Dustin Gaming. Oh, da oben stand seine Telefonnummer. Die habe ich jetzt zensiert. Dustin, wieso denn ist mir deine Telefonnummer? Äh, ja. Sorry, aber kein... Aber ich zocke kein Fortnite mehr. Moin, Roni. Okay. Und dann irgendwelche Enge. Hier haben wir wieder eine GTA-Gruppe. Hier schreibt einer, du hast eine kleine Wiene. Holla, die Waldfee. Holla. Hä? Ähm, ich habe eine kleine Wiene. Willst du sehen? Willst du sehen, Junge? Nicht leider, sondern gut so. Skelettman schreibt, danke, Diabo, bei. Bei ist natürlich falsch geschrieben. Ähm, also Kollege, wenn du nicht mal weißt, wie bei geschrieben wird, dann ist das natürlich schon ziemlich, ähm, untergesunken. Also, du bist ja untergesunken. Äh, B-Y-E. Also, wenn du weitere Fragen hast für die Rechtschreibung, melde dich gerne bei Charlene und bei mir. Ne? LG, Charlene, Roni. Ach, der Knecht. Knacks live. Kannst du mich partieren an? Das war so... Der war so... Oh, das war die erste Beleidigung. Ja, endlich. Yassin, der Echte, schreibt nochmal, bitte, du Hundesohn. Ich bin Hundesohn? Ich mag Hunde. Also, ich mag Hunde sehr. Und einen Sohn möchte ich auch mal haben. Also, einen Sohn wollte ich schon immer haben. Vielleicht so ein kleiner Roni, den stelle ich mir schon sehr süß vor. Ja. Kannst du mich... Kannst du mich einladen in Party? Sorry, aber... Ähm, kannst du mich... Ähm, ich bin nicht dein Mi und ich bin auch nicht dein Einlade. Ähm, also so ein bisschen Frechheit, wie du mit mir redest. So. Wann gehst du live? Ich warte schon den ganzen Tag. Ja, aber inaktiv. Ihr seid einfach so für Spaß, weil ihr alle auch hier inaktiv sind. Genau, hier habe ich es nochmal geantwortet. Hi, mach... Mach du Tuning-Treff. Guck in die Insta-Gruppe, da sind alle. Ja, die heißt... Folg mir, RoniGaming02.org Auf KerstenBRZ. Jo, hab dich hinzugefügt. Danke. Ja, endlich mal ein normales Gespräch. Na, hallo Roni. Na, hallo zurück. Oh, oh, oh. Könntest du mich bitte einladen, Party? Ne, könntest du mich in die Party einladen? Achso, und sag deiner ganzen Leute, ihr seid die beste Crew. Und ich meine das ernst. Ich meine das auch ernst, dass ich hier ein YouTube-Video mache. Irgendwie. Sehr, sehr nett. Danke. So, ist wieder Roni. Jo. Kommt heute wieder ein GTA 5 Stream. Kannst du mich einladen? Kannst du mich einladen? Bin schon lange dabei. Sagen alle, dass sie lange dabei sind. Ja, mein Favorit. Sehr. Roni, kannst du mich einen Party einladen? Roni, kannst du Party auf 9 machen? Roni, kannst du mich bitte in deine Party einladen? Yassin ist okay. Brauche ich nicht vorzulesen. So, von Benni. Hier haben wir, glaube ich, viele Bilder, die wir gemacht haben. So, in GTA. Und dann. Hi. Was habe ich gemacht? Will eine ehrliche Antwort. Hast du ja. Kannst du mich nicht erinnern? Kannst du... Ne, was? Hast du ja. Kann mich nicht mehr erinnern. Achso, ja. Der hat damals scheiße gebaut. Ich konnte mich nicht mehr erinnern, was er gemacht hat. Pech gehabt, Kollege, ne? Ich pro, du noob. Bot. Ja. Ihr seht, die meiste habe ich gar nicht geantwortet, weil das so ein Scheiß ist. Lad Party ein, hier. Warum bist du jetzt nicht live? Ja, hallo, 20.30 Uhr. Was schreibt er hier? Digga, wer bist du denn jetzt? Warum sendet er mir das? Willst du ein F1-Auto? Oh. Hallo, du Knecht. Wer ist hier ein Knecht, ey? Auch Props an dich. Lass mich wieder rein. Nö. Kannst du mich einladen? In P-Party. Ja, also eine EP... Also in P-Party gibt es nicht. Sorry, kenne ich nicht. Endlich meiner nett ist. Hey, tut mir leid. Ich versuche nett zu bleiben, aber du verstehst es nett. Ich mag dich und würde gerne mitspielen. Einen schönen Abend noch. Auch an alle. Du... Bist... So, meine Lieben. Das... Ach komm, eine... Okay, einen machen wir noch. Holla. Oh, wahrscheinlich eine Holla, Alter. In welchem Bundesland oder in welcher Stadt reden Sie denn mit Holla? Sorry, Graberon. Ich mag dich eigentlich echt bis sympathisch, aber mich einfach rauswerfen, ohne was zu sagen und danach nicht mehr mit mir zu reden. Das hätte ich nicht von dir erwartet, von dir aber. Von... Nicht erwartet, von dir aber. Es ist dann deine Sache, was du machst. Prost. Prost. Also, Pepsi ist eine geile Mundspielung für die Zähne. Ja, ähm... Okay. Ja, ist halt so. Menschen ändern sich, ne? Menschen bleiben nicht gleich. Vieles erwartet man von... Ich erwarte auch nicht vieles von dir und du nicht von mir, ne? Menschen ändern sich. Ist halt so. Das war's mit diesem YouTube-Video. Ich merke mir, wir fangen an im nächsten Video. 5. 2. Oh, da kommen wir die Cousins von den Typen, wie ich nicht gerade erwähnen möchte. 5. 2. Fangen wir an im nächsten Video. Ich hoffe, das Format hat euch gefallen. Ich war sehr kreativ. Ich habe lange überlegt, was ich aufnehmen kann. Und jetzt ist mir was eingefallen. Danke fürs Zuschauen. Einen restlichen schönen Tag. Ciao. Hey, meine Lieben. Ich bedanke mich, dass ihr dieses Video bis zum Schluss angeschaut habt. Vielen Dank an der Stelle. Ich würde mich aber auch über einen kleinen Support freuen, den ihr mir geben könnt. Und das sind 3 Schritte. Und zwar würde ich mich freuen, wenn ihr als allererstes mein Video liken würdet. Und damit auch gleich kommentieren würdet. Das sind schon mal 2 Punkte, worüber ich mich sehr freuen würde. Natürlich würde ich mich aber auch freuen, wenn euch der Kanal gefällt, der Content. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Aber natürlich auch nicht vergessen, die Glocke einzuschalten, um nichts mehr zu verpassen. Und ich bin auch auf Instagram sehr, sehr aktiv. Und wenn ihr mehr Privates über mich wissen wollt, gerne auf Instagram. RONIGAMING02. Das war's. Über diesen kleinen Support würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen restlichen Tag. Euer RONI ist raus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.